Okay, können wir hier durchrennen? Geht das? Sollen wir jetzt hier lang, oder was? Nee, 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 das kannst du halt, das ist doch nicht, das ist doch nicht der richtige Weg. Aber wir kommen nirgends woanders lang. Also wir können nur da runterfallen, auf der Seite. Okay, der schläft, der hat einen ganz tiefen Schlaf, das ist völlig in Ordnung für mich. Was passiert hier? Was ist das? Eine Schmiede? Was ist hier los? Okay, hier kann ich nicht lang. Hier auch nicht. Kann ich hier hochklettern? Nein, da ist ja, okay. Warte mal kurz. Wir warten noch kurz einen. Genau, den warten wir noch ab. Ich gehe davon aus, wir müssen hier wieder hide and seek mäßig. Aha. Nein, nein. Dreh dich doch zur Seite. Ein bisschen schneller. Und Job. Halt dich fest, halt dich fest. Ja, kein Problem. Gar kein Problem. Leben. Okay, haben wir, haben wir, haben wir. Ja, moin. Als ob das, das geht niemals gut. Okay, es ging gut. Okay, 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 okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, das war nicht so toll. Wie kann ich denn bitte, also, okay, wir warten und dann rennen wir jetzt einmal komplett durch. Wir können nicht durchrennen. Okay, vielleicht müssen wir hier einfach warten. Okay. Ich hätte ja gehofft, dass wir da durchrennen können einfach. Okay. Was? Aus, das ist der Turm. Ey, 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 ey. Und wir, wir finden jetzt den, den König? Ich will doch nur meine Schwester retten. Was ist denn euer, also, mhm. Äh, okay. Oh Gott. Der, äh, Ich weiß nicht. Der Mauten-Kling, der immer wieder geblieben ist, wurde nun herausgefunden. Er musste nur den Sack erreichen, bevor Lillimur als der Geistens-Dinner. Ich muss hier dran vorbei. Oder vielleicht, vielleicht, weil ich ja die Klamotten anhabe und so ein bisschen Ähnlichkeiten habe mit seinem Sohnemann. Vielleicht lässt er die ja in Ruhe, weil ich ihn an seinen Sohn erinnere. Muss ich denn reden? Muss ich hier? Auch nicht. Muss ich hier irgendwo lang? Nee, da macht's ja gar keinen Sinn, oder? Macht er ja... Hallo? Noch nicht. Ist hier irgendwas, was ich machen kann? Mach die Dornen weg! Auch nicht. Also. Wait. Wir laufen jetzt mal woanders rum um den Stein. Also wir sind ja nach links abgedriftet. Äh, wir laufen jetzt nochmal zurück. Kann ich nicht einfach hier hoch hüpfen? So Jump-and-Run mäßig? Doch, das ist das Einfachste. Nein. Okay, darf ich, also... Also... Also von der Logik her hätte ich jetzt echt gedacht, hier so hoch, zack, zack, zack. Und hochklettern. Oh nein. Muss ich am Schwert hochklettern? Geht das da? Weil da Ranken sind oder so? Ich weiß es halt nicht. Okay. Wir müssen am Schwert hochklettern. Ich sag nix. Okay, 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 okay. Cooool, cool, 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 cool. Damit komme ich jetzt nach oben zu ihm. Also da hinten ist ja noch eine Blume. Da kann ich ja hier meinen... ...mein glänzendes Licht hochholen und dann... Kann ich drauf surfen oder so? Ich weiß es nicht. Jetzt spring doch rüber! Oh, hat er gemacht? Okay. Okay, ich bereite mich auf den Kampf vor. Ich habe keine Ahnung, was für den Kampf da kommt, aber ich bereite mich auf was vor. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, 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 oh. Ai, 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 ai. Hey, guck mal, ich sehe aus wie dein Sohn, du willst doch jetzt nicht hier. Hör auf damit. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ich bin getäuscht. Äh, keine Emotion, nur ich damage die Dinger. Ich wollte gerade springen. So, ich behalte mich jetzt mal hier in der Ecke hoch. Nee, 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 nee. Gut, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich runterwenden kann. Oh Gott, ich dachte, er zieht jetzt Zünder direkt. Das war eine knappe Nummer. So knapp, so knapp, sag ich euch. So knapp, sag ich euch. Nein, 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 nicht getroffen. Jetzt haben wir die eine Seite voll. Nope. Not even close. Ja, genau. Ich brauche kurz zu trinken. Und weiter geht's. Nein, 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 lauf doch. Falsche Taste kurz gedrückt. Hä? Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Dauberia. 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 Warum bewegt er sich denn? Ich fass' aus hier! Nein! Normalerweise hätte er mich treffen müssen. Ich fass' aus hier! Ich fass' aus hier! Man darf aber wirklich gar keine Fehler machen, das ist echt so... Ich fass' aus! Ich fass' aus hier! Ich muss mich kurz kratzen! Ja, ja, ja! Wirklich, da hab' ich die eigene Seite schon abgeräumt und dann kommt er hier um die Ecke mit. Ich fass' aus! Ich fass' in mir mal ein Speedrun, das ist mir egal. Nein! Leck mich! Alter! Junge! Das war gar nicht so einfach. Yes, Phase 1. Bitte was? Wieso Phase 1? Wieso? Ich hätte gedacht, wir hätten es hinter uns. Okay. Ey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Bitte was? Wie? Wie? Ich bin noch raus. Ich habe noch den Schatten gesehen. Ich bin noch gar nicht da gewesen. Du kannst mir doch erzählen, was du willst. Also wirklich, das ist wirklich möglich. Also das ist kein Ort. Also. Ich bin noch gar nicht da gewesen. Euer Das war knapp. Ey, das ist doch... Wie soll ich das auf die Schnelle machen? Ich kann mich doch gar nicht so... Also, dafür bin ich nicht ausgelegt. Ich bin... Mann, der ist nicht multitaskingfähig. Ich raste raus hier. Ey, ist ja schlimmer als Dark Souls. Komm schon, komm schon, komm schon. Dieser kleine Ficker. Nein! Ich vergesse immer, dass diese Mistviecher von oben denn kommen. Ja, wie auch immer, das war bestimmt Stevie, ey. Das ist safe Stevie gewesen. So, komm, 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 komm. Wir haben hier keine Zeit. Was hast du jetzt so gedacht? Jetzt müssen wir kurz warten, bis wo die anderen herkommen. Okay, cool. Ich weiß nicht, wo ich hier lang kann. Okay, dankeschön. Mach hier auf, mach hier auf. Was war das denn jetzt? Hat der eine dritte Phase? Was ist mit dem Verkehr? Scheiße. Scheiße. Ich bin tot. Ich war ja schon tot. Also, hau. Ich bin da reingesprungen. Ich bin da reingesprungen. Warte, meine Kopfhörer. Safe. Warte, warte, warte. Hier, Pause. Timeout. Kurz. Hallo. Okay. Jetzt können wir weitermachen. Nein. Okay, die Seite haben wir. Nein. Der zieht es auch zurück. Diese kleine, verlogene. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war scheiße knapp. Wuhu. Wuhu. So, noch einmal. Noch einmal. Nein, 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 nein. Also, jetzt ist doch safe vorbei. Also, komm. Hör doch auf. Der wollte mich gerade töten. Hat der mich jetzt runtergeschubst mit dem Stein? Was? Äh, was? Wie jetzt? Müssen wir jetzt hinrennen? Und, 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 was? Was ist mit unserer Schwester? Er hat hier gefressen? Er hat hier gefressen. jetzt kommt Kampf 3. Ey, ihr hört doch bitte auf. Macht doch jetzt nicht. Wir müssen uns jetzt von ihm fressen lassen? Sehe ich das richtig? Ist er jetzt nicht euer Ernst? Und vor allem, wo kommen wir wieder raus? Ich hätte gedacht, wir müssen jetzt an seinem Arm. Wissen. So. Hoch. Vielleicht war es aber auch die falsche Seite. Wenn du dich frisst, wissen wir alle, wo du wieder rauskommst. Na, wunderbar. So, kann ich hier einfach jetzt nach linken? Nein. Nein. Muss ich denn hier rauf? Muss ich vielleicht hier rüber springen? An seinem Bart? Ja, ich muss an seinem Bart springen. Hey, bleib doch dran. Ich bin weg. Schmeiß. Schmeiß. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Tuva ZDF, 2020 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 B.J. Isaac Unser Freund! Haben wir es geschafft? Wir fangen jetzt bitte nicht die Story von vorne an, jetzt nur, dass wir den Bruder suchen. Hat das nicht gereicht, dass wir die Schwester gesucht haben? Ist das ein anderes Bild? Da hing doch vorhin ein anderes Bild. Das sind die Holzfiguren, die wir gefunden haben. Oh, da fehlt welche. Ich habe nicht alle gefunden. Schade. Ja. Hier aus der Tür kann ich nicht raus. Hä, wo ist der denn jetzt hin? Warum ist denn... Ey, bitte nicht. Die Geschichte wiederholt sich doch bitte jetzt nicht, oder? Oder... Oh, nee. Oh, nee. Tut es nicht. Mach das nicht. Bitte. Okay. Was? Krass. Also muss man ja sagen, echt krasse, krasse Story. Ja, das war Bramble, The Mountain King. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Die Optik, die ganze Inszenierung, es hat eigentlich alles gepasst. Die Musik, wirklich. Von Happy zu, ich kack mich ein, zu ganz schlimm, bis hin wieder zu Happy End. Krass. Auf jeden Fall hat mir das eben wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet heute auch sehr viel Spaß beim Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, einen Comment. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, gerne ein Abo da lassen. Und ich lasse euch noch diese Musik wunderschön ausspielen. Und ich sage erstmal Tschü, bis zum nächsten Projekt. Bis dann erstmal. Reingehaut. Ja. Bis dann. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020